Ah, okay, jetzt kann ich den nächsten sozusagen freigeben. Alles klar. Alles klar. Alright, jetzt haben wir Level 2 hier, oder Welt 2, 2 Strudel, 16 Brüsselteile und 43 Bots. Plus Minus, ne? Oha. Krass. Gut, dann gehen wir mal ins erste Level. Archipel Ahoi. Alter. Wo bin ich denn hier? Oh Gott. Oh Gott. Oh, guck mal, hier ist schon das erste Ding. Schon das erste Puzzleteil bekommen. So Freunde, ich bin bereit, ihr könnt kommen. Junge, Junge. Da drüben ist einer. Hallo. Hallo. Ich rette dich. Bist du Nummer 1? Du bist Nummer 2. Das heißt, vor dir gibts noch einen. Was ist das hier? Wo könntest du in den ersten gehen? Was kann denn Flipper? Ich kann auch durchspringen. Nimm mal den Trophy, Alter. Guck mal, der hat da so ein Ding da oben. Wie weit kann man dann schwimmen? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Okay, hier ist vorbei. Interesting. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht hier unten irgendwo einer drunter ist. Hier ist auch irgendwas los. Ich glaube, ich muss hier runterjumpen, Alter. Hier ist ein Stern. Okay, der hat nichts zu bedeuten. Choo-choo-choo. Die sind ganz gefährlich, da. Guck mal, hier ist einer. Das ist Nummer... Das ist Nummer 1. Und dann... Wow. Wow. Hier könnte auch irgendwas sein mit diesem Stein. Eventuell. Hier wird noch irgendwas angezeigt. Was soll das? Achso, hier. Oh, eine Fähigkeit. Geil. Na, aber was kann der denn? Ah, der kann sich hochziehen. Nice. Ah, okay. Was ist los? Wie lässt der wieder los? Ist das ein Bug? Ah, jetzt hat er losgelassen. Hä, wie viel ist das? Da musst du auch flink sein, ne? Sonst wird das nix. Was haben wir hier noch? Achso. Eine Wunderkiste. Mit Zufallsobjekten drin. Okay, da waren wir schon. Ging's da noch weiter höher? Ich hab an der Palme noch nicht hochgekloppt da. Kannst du natürlich auch haben, dass da noch was ist, ne? Die Schlange ist da, Alter. Okay, dann gehen wir weiter. Ich hab einen... Ach, man muss den Controller so bewegen. Okay, alles klar. Ich dachte mir grad, wie funktioniert denn das? Okay, hat das irgendwas gebracht, Alter? Ich check's gar nicht. Hä, was können die Blumen? Achso. Mit den Händen. Auf Zeit. Oh, hallo. Dich hab ich gesucht. Du bist ein normaler Bot, ne? Nummer drei. Da drüben ist ein Puzzleteil, sehe ich grad. Astro Bot. Ich mach erstmal den Platz. Wieso kommt das nicht runter? Ah. Ah. War das das Teil, was ich gesehen hab? Bestimmt, ne? Mal gucken. Es gibt hier auch wieder einen Strudel. Okay. Der ist bestimmt richtig gut versteckt. Ah. Okay, dann muss ich jetzt nach unten. Das ist der Special-Wort. Alright. Da kann man sich hochziehen. Oh, geil. Ich suche noch den Strudel. Guck mal hier, Alter. Das sind einfach mal Playstation. Playstation-Zeichen. Das ist ja witzig. Als Stein. Das ist cool. Können wir hier was machen? Da ist ein großer Stein. Ich glaub, das ist der Strudel, Alter. Nee, was muss man denn mit dem großen Stein machen? Ah, hier. Da könnte eventuell der Strudel drin sein. Ich weiß gar nicht, was ich drücken muss. Was wandert. Ja, aber was muss man denn drücken? Nichts. Nichts. Einfach nochmal drücken. Oh, geil. Hier sind wieder irgendwelche Dinger. Habe ich ausgemacht. Und du? Trotzdem nix passiert, ha? Okay, hier gibt's weiter nix. Dann gehen wir mal weiter. Oh. Guck mal. Aloha. Okay. So, zeig mal kurz an hier. Zwei Bots. Ein Puzzlestück. Und das geheime Dings hier fehlt noch. Der Strudel. Oh Gott. Alter, die kamen aber schnell an. Okay. Ah, guck mal hier. Hast du übersehen. Was? Einfach mal Ruhe fliegen. Was ist der Schatz, ey? Was ist der Schatz, ey? Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Das kann nicht sein. Doch, da geht's hoch. Da ist einer, oder? Oder was ist das? Da hängt einer. Special Bot. Special Bot. Mhm. Okay, der hängt da schon länger. Ich wollte nochmal gucken, ob da drüben vielleicht ein Puzzlestück ist, was ich übersehen hätte. Nein. Also Puzzlestücke kannst du fast nicht übersehen, ne? Weil die ja so fast glänzen. Glitzern. Äh, geht das? Wahoo! Oh! Wieso kommt das nicht runter da? Ich seh schon wieder, dass ich irgendwas verpasse, ey. Ah, guck mal. Münzen, Münzen, Münzen. Münzen sind gut. Irgendwas hat sich da krass gedreht, ne? Oh, hier. Hammer. So, nochmal gucken. Ob wir alles im Blick haben. Oha. Oh Gott, den hab ich ja gar nicht gesehen. Gleich mal umgenietet. Na ja, moin. Das ist noch ein bisschen frech, ne? Was ich jetzt wieder alles machen muss hier. Ah, hier ist nix. Das kommt mir ein bisschen spanisch vor. Si, 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 senor. Si, si, senor. Was hat er damit erwischt? Da ist der Safe Point, Junge. So, lass mal gucken. Irgendwas blitzert hier noch irgendwo. Ne. Da war ich schon. Gut, dann weiter. Guck mal, da oben ist irgendwas angezeigt. In Rot. Und der Strudel, den haben wir auch noch nicht. Oh Gott, das fällt ja ab. Mach mal hier, mach mal. Bring dich mal ran da, Bro. Irgendwie da rüber, glaube ich. Das letzte Puzzlestück, Freunde. Wir haben's. Perfekt. Da ist irgendwie ein Vogel. Wie der denn? Jetzt ist die große Frage, wo ist der Strudel, ne? Wo ist der Strudel, Friends? Da ist irgendwie so ein Loch im Auge. Seht ihr das? Aber ich glaube, da kann ich nichts machen. Nimm mal die Hand runter. Komm ich da irgendwie rüber? Das sieht so aus, als wenn da irgendwas drin wäre. Seht ihr das? Irgendwas rotes. Ja, ich weiß, wie ich da hochkletter. Nur ich wollte in dieses Auge rein, ne? Aber vielleicht komme ich da von da oben rein. Ach du Scheiße. Hier ist ein Ziel, auf jeden Fall. Ich glaube, ich stelle mich mal da rauf. Mal gucken, was passiert. Und da ist er. Dafür sind doch die Bälle da, ne? Junge, da sind die irgendwelche Vier, ey. Ich bin doch wohl. Okay. Und nun? Und was soll ich jetzt machen? Und was soll ich jetzt machen? Ah, ich kann mich da ranziehen. Guck mal. Da sind so ne Teile dran. Da sind so ne Teile dran. Oh Gott. Oha. Oha. Guck mal hier. Hier ist noch was. Ah. Jetzt sind wir in diesem Augending drin, oder? Ach, hier ist der Strudel. Guck mal. Hier ist der Strudel, Freunde. Aber ich brauche eigentlich, ich wollte ja was ganz anderes. Ich wollte den Bot. So. Da ist der Strudel. Genau. Hier fehlt aber ein Bot, Alter. Der war ja nicht irgendwo, ne? Wo könnte der denn sein? Oha. 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 Vielleicht auf der anderen Seite, da drüben. Da ist kein Bot. Oha. 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 Also ein Bot fehlt noch. Hat er was gesagt? Ich weiß noch nicht, wo der sein könnte. Der muss ja da unten sein irgendwo. Wo habe ich den letzten Bot geholt? Da drüben, ne? Also irgendwie kommt mir das... Ne, hier habe ich den letzten Bot geholt. Ne, da war das Puzzleteil. Ob das irgendwas mit diesem Seil zu tun hätte? Hm. Wo ist der andere Bot? Da ist er. So. Dann haben wir alle Bots. Perfekt. Das habe ich gar nicht gesehen, das Ding, ey. Junge. Na, geh mal rüber da. Hä? Musch. So. Auf zum... Ziel. Wir haben alles, ne? Wir haben alle Bots, wir haben alle Puzzleteile und den Strudel wollen wir gleich. Da, 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 da. Ach so. Natürlich. Aber wir haben ja nicht drauf geachtet. So, erstmal alle Bots weg. So, jetzt holen wir uns den Strudel. Du, 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 du. Um. Und keine verlorene Galaxie. Die mach ich dann ganz zum Schluss, Bruno. So. Erledigt. Fertig, alles geholt.